Ja, aber wenn wir die zu dritt einmal machen, wie wäre es? Ja, dann geht das dann. Ich schaffe das aber so auch, ich bin jetzt auf dem Weg, aber das ist halt echt schwer. Das ist voll krass, da steht ihr empfohlenes Stufe 55 und ihr empfohlenes Stufe 60 oder so. Ich habe den Lager, aber ich will nicht schaffen. Ich habe den Lager, aber ich will nicht. Ich habe den Lager, aber ich will nicht. Ich habe 5 Kissen bekommen, mit hochwertigen Arznei, ziemlich cool. Das war's für heute. 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 Du kannst ja auch ganz viele Feld-Safety-Craften, die sind wesentlich leichter und bringen das gleiche, glaube ich. Oder ein bisschen weniger. Mach doch das. Jetzt hab ich's dann gleich. Ja, hast du's dann doch geschafft. Ja, boah, geschafft. Jetzt muss ich nur noch mal die 20 Kilometer zurücklaufen. Weißt du, was ich für Monster gefunden hab? Das sind irgendwelche Stein-Golems. Ja. Die sind gar nicht so weit weg von Heidel und die droppen ziemlich viele Schwarzsteine. Also halt jeder ab und zu mal wieder ein oder zwei. Das ist ziemlich krass. Wusste ich gar nicht. Die sind aber ziemlich stark. Also ich schaffe eine oder zwei und dann muss ich mich wieder racken, weil ich sonst keine Chance hab. Ja. Ich weiß nicht!